Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Counter-Strike Global Offensive. Wir spielen heute auf der Map Mirage oder Mirage oder keine Ahnung was und hoffen erstmal, dass wir hier auf B irgendetwas reißen können. Na, ich glaube da konnten wir jetzt nicht durchschießen, egal. Hoffentlich klappt das aber. Und wird nicht irgendwie vereitelt. Wo ist jetzt eigentlich Lila wieder hingerannt? Ich weiß es nicht. Tja. Nur von überall Schiss und alles. Was oder wer ist what? Nein. Wieso sollten wir? Wieso sollten wir? Ich habe keine Ahnung. Ah, der hat einen Teamkill gemacht. Oh. 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 Okay. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh. Okay. Einer noch, Einer noch Junge! Einer noch! Nein! Oh, schade! Der Typ mit der Chaos-Maske! Hallo Typ mit der Chaos-Maske! Der Typ mit der Chaos-Maske! Die Chaos-Maske war verraten, aber wieder geht es! Wieso kommt dieser Schwasti? Wieso kommt dieser Schwasti? Wieso kommt dieser Schwasti? Wieso kommt dieser Schwasti? Wow. Alles klar. Was? D-d-d-d-gain. So bekomme ich eigentlich immer nur so welche Leute. Immer nur ich. Auch im letzten Spiel. Immer nur ich. Immer. Geilomartico. Wow. Wow. Man. God. Äh, wo ist Watt, da ist Watt. Können wir oder habt ihr alle Eko? Okay. Letzte Runde ging es mit der UMP, alles klar. Deswegen versuchen wir es heute nochmal. Okay. Jawohl, sehr gut. Siehste, perfekt. Ich habe alles genau abgetimt, ja? Die UMP, die kenne ich einfach. Okay. Was ist ein Pisser? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Boah. Junge. Das Beste ist immer, wenn die, wenn die, äh, wenn die Leute dann immer so, keine Ahnung, stehenbleiben oder erst mal so erschrecken. So, scheiße, was hab ich gemacht? Und dann erschossen werden wir jetzt gerade. Ups, I need it again. Komm, lass mal A gehen. Lass mal A gehen. Komm, lass mal A gehen. Komm, lass mal A gehen. Komm, lass mal A gehen. Dann nicht. Fickt euch. Puh. Fickt euch einfach. Komm. Geht drauf. Geht drauf. Geht drauf. Gut. Die sind auf dem Holz hier. Ich wusste es. Was sehen Sie? Kann er bitte den Bot nehmen? Das würde mich beruhigen. Danke. Okay, der Typ wartet da. Hm. Okay. Ist auch das Beste, wenn man mit dem Bot einfach besser ist als man selber. Jawohl. Gut. Huh. Hat mich dann doch ein bisschen nervös gemacht. Info 0. Komm, lass nochmal A gehen. Da hab ich jetzt voll Bock drauf. Komm. Let's go, let's go. Flashback. Ich schreibe den Flashback. Okay. Der Typ ist tot. Kommt auch jetzt zu ner Po angedorfen. Whoops. I did it again. Mensch. Amiga den Ohrbomb. Ähm. Wow. 5 gegen 2. Das hört sich fair an. Lass es uns machen. Komm. Und ich habe nur auf die Map geguckt. Das war dumm. Und auf einmal ziehe ich da so einen roten Punkt so. Oh nein. Mitte. Ja. Guter Versuch. Hm. Lass noch mal U und P nehmen. Lass B. Ich habe Bock auf B. Deswegen lass B gehen. Let's go B. 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 Wow. Sehr schadig. Lass mal die vorgehen lassen. Jawoll. Ratter, ratter, ratter. Von wo wird denn geschossen? Von da. Oh. Boah. Gerade noch so geschafft. Nein, nein, nein. Da war eine Feuergranate. Da war eine Feuergranate. Und ich bin voll an dem Gegner vorbeigelaufen. Das war ein Gegner. Das war ein Gegner. Scheiße. Ich habe irgendein Feuer gespürt. Okay. Let's go. Nochmal B. Nein. Ah. Lass mich. Mann. Lauf doch. Mann. Go, go, go. Jawoll. Beide gucken genau rein. Das ist erste Sahne. Ich sehe nichts mehr. Ich habe nichts mehr gesehen, Mann. Drei Hits. Drei Hits, meine Güte. Oh, bin die Scheiß gerade. Jawoll. Sogar der Typ ist besser. Wisst ihr, was ich meine? Sogar der Typ. Woher der Typ. Oh, nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nö, nö, nö. Komm jetzt konzentrieren, ja. Wir haben jetzt eine SG. Oder SSG. SG. Oh, der Typ hat echt gegen mit einer fucking P90 verloren. Also sind die jetzt alle hier oben. Aua. Wow, das ist ja echt gut. Das ist ja echt schlau. Das ist ja echt wundervoll. Wow, krass. Krasse Scheiße. Ich habe keine Relate mehr. Der Typ. Was macht der Typ? Mann. Töte ihn doch bitte. Mann. Boah. Junge. Boah. Nee. Ich bin echt scheiße, ne. Aber mein Team ist einfach nicht besser. Das ist die Schande einfach. Das ist die große Schande. Let's go. Let's go. Komm, folgt mir mal bitte. Dann nicht, ihr Hurensöhne. Pisser. Tschüss. Ich habe noch 8 HP. Was hat er gemacht? Was? 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 Ich stelle hier gerade ein. Was ist da oben? Da muss da oben sein. Ah, den habe ich nicht gesehen. Da unten. Scheiße. Ich kaufe jetzt einfach immer noch P90. Ich habe immer diese Scheiß, Leute. Ich bin für die Erste, ne. Ich bin für die Erste und schreie nur rum. Ich kann nicht so auf weite Distanz. Weite Distanz. Weite Distanz. Ich komme für die Erste, ne. immer muss ich eins hatten die regnet sich gerade voll über mich auf hundertprozentig ich bin uns ist einfach so geil kein skill muss einfach nur sprayen das ist wie COD mit der sprang nein 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 nicht man auch nicht werde ich mit nachladen mann ganz ruhig wir gehen jetzt noch mal an dann ist vielleicht alles gut ja grün ist afk alles klar so kann man es natürlich auch noch machen dass man einfacher afk ist wow ist natürlich geil der bot elmer der bot elmer nein 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 nur ich stand auf dem wie geil war das denn ich wusste es 13 10 Junge 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 B90 Time mein Team ist aber immer noch nicht besser meine Güte meine Güte meine Güte weil der Typ der hat erstmal vorgeschossen ja so muss das ja auch so ja wir warten tschüss die sterben gerade alle wollte ich gerade sagen was ist das hier ein Biest ja genau du Pisser du Pisser gewinnt gegen den scheiß P90 ne Hurenkind das ist ein Hurenkind boah Junge ich kapier das nicht jetzt krieg ich immer die scheiße was hab ich dem Spiel angetan ich weiß es nicht aber wo ist aber es ist mir ehrlich was hab ich dem spieler angetan die Bombe sind auf der Gronze 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 ah von wo von da ha Pisser Komm, gib mir noch einen schönen Kill. Bitte, StarfK. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay, alles klar. Gut, jetzt hab ich endlich auch mal einen Scheißstern, Junge. Junge. Alles nur dank der P90. Kommt, hier könnte ich Bombe haben. Ich mach wieder alles andere. So. Let's go, let's go. Jetzt hat diese Scheiß-Bot-Typ die Bombe. Ich glaub, das ist nicht schlau. Jawoll. Sehr gut. Wie kommt der da? Ein Hurenkind. Das war offiziell ein Hurenkind. Ich schlau den Flashback. Puh. Ein, ein Treffer, also. Ein Treffer. Die Läumen Taser. Jetzt demütigen die sogar uns noch. Junge, Junge, Junge. Einfach alles. Alles kaufen. Alles. Ausverkauft, ausverkauft. Lass mich zu... Bitte. Wieso geht dieser Scheiß-Bot eigentlich immer mit mir? Flashback. Smoke, okay. Die nächste Smoke, okay. Krass, die wäre ja gar nicht mal so schlecht geworfen. Kommt leider. Krass. Grenade. Hm. 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 Hier ist irgendwo noch einer. Da oben. Irgendwo ist hier noch einer. Ich weiß es. Ich komme irgendwie auf umwegen, aber ich komme. Pisser. Ah, Mann! So eine Wichse, Alter. So eine Wichse, aber echt. Boah, das regt mich richtig auf. Ich hasse sowas. Puh. Boah. Junge, Alter. Immer nur auf die Füße. Immer nur auf die Füße. Und jetzt kommt der Nächste. Und wieder der Nächste. Und nochmal der Nächste. Jawoll. Komm. Renne in deinen Tod. Renne in deinen Tod. Joker 2.2.8 Dieser Name war 228 Mal vergeben. 227 Mal, ne? Wahrscheinlich. Nicht. Puh. Okay. Komm. Ist mir doch scheißegal. Ist mir jetzt so scheißegal. Wenn wir diese Runde jetzt verlieren, können wir nicht mehr gewinnen. Deswegen, äh, ist mir da schon scheißegal. Was ist denn hier bei mir? They are... Über mir. Oh. Was machen jetzt die anderen? Gib mir ein Boot. Geh, ich hab ein Boot. Jetzt kommen meine Sniper-Künste. Die sind überragend. Ihr kennt die ja schon. Ich hab mich noch getroffen. Pisser. Oh, 92. Das ist doch gay. Das ist gay. Es ist gay. Komm, gib mir eine Flash. Junge Kuba. Schlechter als der Bot. Junge. Sorry, aber Junge. No, sir. Fuck, Alter. Fünfmal getroffen. Fünfmal. Gib mir den scheiß Bot. Och, Mann. Alter. Jetzt verstehe ich, wieso der schlechter ist. Och, nee. So ein Spiel, ne? Das regt mich einfach immer nur auf. Immer. Das, keine Ahnung. Jetzt stirbt er. Drei, zwei. Ja, sehr gut. Jetzt stirbt er. Ja, gut. Kann man nichts machen, ne? Meine Teamkameraden waren einfach viel zu gut. Ähm, ja. Ich würde sagen, bis morgen. Haut rein. Und wir schauen mal eben noch die Ranks an. Und dann... Ja. Dann bis morgen. Haut rein. Ciao.